Ostern 941. König Otto ist seit fünf Jahren Herrscher des Ostfränkischen Reichs. Aber Ruhm und Macht können den König nicht schützen vor Neid und Hass. Eine Verschwörung, ein Mordkomplott gegen den König, geplant von Ottos eigenem Bruder. Diesmal scheitert der Anschlag. Der mächtigste Mann des 10. Jahrhunderts kommt nochmal davon. Ein Leben in Gefahr. Das ist der Preis, den er für den Kampf um die Kaiserkrone zahlt. Otto der Große aus Magdeburg. Auf dem Höhepunkt seiner Macht beherrscht Otto Gebiete vom Norden bis ans Mittelmeer, hat Verbindungen zu Byzanz und Afrika. Er wird in Rom zum Kaiser gekrönt und legt den Grundstein für das Reich, das später das Heilige Römische Reich Deutscher Nation genannt wird und bis 1806 besteht. Der Weg dahin ist lang. Ottos Leben ist geprägt von Familienfäden und Mordanschlägen, grausamen Kriegen und politischen Intrigen. Herrschaft im 10. Jahrhundert ist eine unsichere Sache. Drei Frauen begleiten Ottos Lebensweg. Magdeburg ist seine Lieblingspfalz. Von hier aus beginnt er seine blutigen Missionszüge in das Land der heidnischen Slaven. Ottos Lebenszeit wird später einmal als goldenes Zeitalter der Otonen bezeichnet. Aber diese tausend Jahre zurückliegende Epoche ist eine der Quellenärmsten der Geschichte. Sicher ist, dass Otto 912 in Wallhausen an der Aller geboren wird, aber viel mehr wissen wir über seine ersten Lebensjahre nicht. Dass uns überhaupt Einzelheiten aus dem Leben Ottos des Großen überliefert sind, verdanken wir einem Mönch. Widukind aus Korwei. Er wird sehr wahrscheinlich im Jahr 968 beauftragt, die Geschichte des Aufstiegs der Sachsen zu schreiben. Das Werk soll Ottos Tochter Mathilde, der elfjährigen Äbtissin von Quedlinburg, die Geschichte ihrer Familie erzählen. Denn der Kaisertochter steht Großes bevor. Von Quedlinburg aus wird sie die Geschicke des Landes lenken. Widukind ist für diese Aufgabe wie geschaffen. Er ist nicht nur mit dem Herrschergeschlecht verwandt. Der Überlieferung zufolge hat er Kaiser Otto mindestens 20 Mal getroffen. Seine Sachsengeschichte beginnt er mit den Worten. Herrin Mathilde, wenn du die Taten deines so mächtigen Vaters und deines ruhmreichen Großvaters durch meine Arbeit der Nachwelt überliefert lesen wirst, kannst du noch tugendhafter und ruhmreicher werden. Hier in der Krypta des Quedlinburger Doms liegt Mathildes Großvater Heinrich begraben. Mit ihm fängt im Jahre 919 der Aufstieg der sächsischen Herzöge zu kaiserlichem Ruhm an. Die Legende berichtet, Heinrich, auch der Vogler genannt, ist in Quedlinburg beim Vogelfang, als ihm die Nachricht von seiner Königswahl überbracht wird. Hoch des Sachsen-Landes Stern sei gerufen worden. Da ist Otto sieben Jahre alt. Tatsächlich muss sich Heinrich die Königskrone hart erkämpfen. Im 10. Jahrhundert genießt derjenige Ansehen und Macht, der ein guter Kriegsherr ist. Und Heinrich ist überaus erfolgreich. Ganz besonders bei seinen Feldzügen gegen die heidnischen Ungarn und Slaven. Davon profitiert auch sein Sohn Otto. Inzwischen 17-jährig beweist er sich auf einem Feldzug und bekommt dafür eine slawische Prinzessin, Kriegsbeute und Ottos erste große Liebe. Weder ihr Name noch ihre genaue Herkunft sind überliefert. Aber so viel ist sicher. Sie gebiert Otto einen Sohn, Wilhelm, den späteren Erzbischof von Mainz. Er wird einer der großen Gegenspieler Ottos werden. Doch die junge Liebe hat keine Chance. Vater Heinrich reißt das Paar auseinander. Die Slaven wird ins Kloster geschickt und Sohn Otto muss, machtpolitisch sehr vorteilhaft, eine englische Königstochter heiraten. 929 feiern Otto und Editha in Quedlinburg Hochzeit. Familienpolitik ist Machtpolitik. Für private Leidenschaften ist da im 10. Jahrhundert kein Platz. Und Heinrichs Machtpolitik, so berichtet Widukind, trägt Früchte. König Heinrich wurde von Tag zu Tag mächtiger, stärker und beruehmter. Er brachte das Koenigreich, das unter seinen Vorgengern, ueberall durch innere und aeussere Kriege erschuettert war, wieder zusammen, einigte und befriedete es. Gestärkt durch seine Erfolge leistet sich Heinrich etwas absolut Ungewöhnliches. Er stellt auf einem Hoftag 929 eine sogenannte Hausordnung vor und bestimmt darin Otto zu seinem alleinigen Nachfolger. Das gab es noch nie. Bisher erbten alle Söhne gleiche Teile des Landes und der Macht. Aber Heinrichs Unterschrift macht es zum Gesetz. Otto bekommt alles. Seine Brüder Heinrich und Tankma gehen leer aus. Sie sind bitter enttäuscht und sinnen auf Rache. Ein schlechtes Omen fuer Ottos spätere Regentschaft. Heinrichs Hausordnung bestimmt außerdem Magdeburg zum Hochzeitsgeschenk fuer Edita. Hier verbringt das junge Paar seine ersten Jahre. Zu den wenigen Zeugnissen dieser Epoche gehoeren die beiden Figuren im Magdeburger Dom. Erhalten ist hier auch die Familiengrabstätte, die Otto einrichten laeßt. Magdeburg soll religiues Zentrum werden. Ueber die Jahre wird er viele Reliquien hierher bringen. Im 10. Jahrhundert ist das Leben in christianisierten Gebieten untrennbar mit Gott verbunden. Auch Otto ist natuerlich ein frommer Herrscher mit einer Aufgabe. Er will die Slaven missionieren. Und Ausgangspunkt seiner Missionszuege wird oft die Pfalz an der Elbe sein. Seine grossen Plane fuer Magdeburg werden Otto viel Auerger bescheren und trotzdem die Kruehnung seines Lebenswerks sein. So stellt Heinrich mit seiner Hausordnung und der Magdeburgschenkung an Edita die Weichen fuer Ottos weiteren Lebensweg. Als Heinrich alle Angelegenheiten gebuehrend geregelt hatte, starb er in der Pfalz Memleben. Sein Kuerper wurde von seinen Suehnen in die Stadt Quedlinburg ueberfuehrt und unter dem Jammer und den Tränen vieler Stämme begraben. Nur einen Monat spaeter, am 7. August 936, laesst sich der 24-jährige Otto in Aachen zum Koenig kruehnen, seine Frau Edita zur Koenigin. Hier im Aachener Dom und auf diesem Thron wurde schon Karl der Große gekruehnt. In die Fußstapfen dieses bedeutenden Kaisers will Otto treten. Mit einem rauschenden Kruehnungsmal demonstriert der neue Koenig seine Macht. Seine Gefolgschaft zeigt sich ergeben. Die Herzuege taten Dienst. Der Herzog der Lothringer, Gieselbert, organisierte alles. Der Schwabe Eberhardt kuemmerte sich um den Tisch, der Franke Hermann um die Mundschenken und der Bayer Arnulf sorgte fuer die Ritterschaft. Mit ihrem Dienst an der Koenigstafel zeigen die Herzuege, dass sie Ottos Koenigsmacht akzeptieren und ihm auch später zu Diensten sein wollen. Solche symbolischen Handlungen werden in einer Zeit, in der kaum jemand lesen oder schreiben kann, von allen verstanden. Hier werden Macht und Unterwerfung vorgefuehrt. Einer bleibt diesem Ritual demonstrativ fern. Ottos Bruder Heinrich. Er neidet Otto Krone und Alleinherrschaft. Genauso wie sein Bruder Tankmar. Beide waren bei der Thronfolgeregelung Vater Heinrichs uebergangen worden. Jetzt planen sie einen Aufstand, der fast im Brudermord gipfelt. König Otto ahnt nichts. Er waehnt sich in Sicherheit. Anders als sein ausgleichender Vater Heinrich regiert er von Anfang an mit harter Hand. Er nimmt Adeligen ihre Lehen und Burgen, enteignet sogar seine Mutter zum eigenen Vorteil. Otto macht sich viele Feinde. So finden seine beiden Brueder schnell Anhänger fuer ihren Aufstand gegen den Koenig. Tankmar und seine Verbundeten greifen Ottos Burgen an der fränkisch-sächsischen Grenze an. Doch die koeniglichen Truppen schlagen unerbittlich zurueck. Tankmar will aufgeben, fluechtet in eine Kirche. Symbolisch legt er seinen Anspruch auf die Koenigsmacht nieder. Widukind berichtet. Tankmar hatte die Waffen samt seinem goldenen Halsschmuck niedergelegt. Aber einer der Vasallen, Mainkia mit Namen, durchbohrte durch ein Fenster den Tankmar von hinten mit einem Speer und toetete ihn so. Koenig Otto weint um den verlorenen Bruder. Aber in Sicherheit ist er noch nicht. Denn hier im thueringischen Saalfeld geht der Aufstand weiter. Heinrich, der jueingere Bruder Ottos, veranstaltet Weihnachten 938 ein grosses Fest. Ein Gastmahl. Mit einem solchen Ritual zeigt er deutlich, er will Koenig werden. Deswegen fuehrt er sich auf wie ein Koenig. Er laedt die Grooßen und Mächtigen des Reiches ein und wirft mit Guetern und Geschenken um sich. For alle ist offensichtlich, Heinrich greift nach der Koenigskrone. Heinrich, der auf das Koenigtum versessen war, beschenkte sehr viele und brachte dadurch die meisten der Gesellschaft auf seine Seite. So gewinnt Heinrich in den folgenden drei Jahren immer mehr Anhänger und erobert in blutigen Schlachten große Gebiete aus Ottos Machtbereich. Dass Otto viel auf Reisen ist, erleichtert Heinrichs Vorhaben. Denn Herrscher haben im 10. Jahrhundert keinen festen Wohnsitz. Otto zieht mit seinem Gefolge von bis zu 1000 Leuten von Pfalz zu Pfalz. Nur in einem großen Reich kann man nicht überall gleichzeitig sein. Ein ferner Herrscher aber wird schnell zum schwachen Herrscher. Also braucht Koenig Otto Verbündete. Herzöge, die an seiner Stelle die Koenigsherrschaft aufrecht erhalten. Heinrich aber kann viele der Herzöge von seinem Machtanspruch überzeugen und auf seine Seite ziehen. Eine tödliche Bedrohung für Otto, wie Widukind empört berichtet. Die Sache erwuchs zu so gewaltigem Frevel, dass sie den Plan fassten, am Osterfest in der Pfalz-Quiddlinburg den König zu töten und Heinrich die königliche Krone aufzusetzen. Ein Mordanschlag, vom eigenen Bruder geplant, am Grab des gemeinsamen Vaters. Noch dazu am heiligen Osterfest. Doch der Plan wird aufgedeckt. Wie Otto dahinter kommt, darüber schweigen die Quellen. Aber eins wissen wir, er straft hart. Viele Anführer lässt er töten, andere müssen teuer zahlen. Diese Kirche in Wahlbeck nahe Magdeburg lässt einer der aufständischen Grafen als Zeichen der Sühne bauen. So grausam er auch Gegner straft, in der Familie lässt Otto milde walten. Seinem Bruder verzeiht er. Weihnachten 941 wirft sich Heinrich während der Mitternachtsmesse vor Otto nieder. Ein ritualisierter Symbolakt. Im 10. Jahrhundert ist der Kuss das Zeichen der Vergebung. Nun beweist Otto sein strategisches Geschick. Er macht Heinrich zum Stadthalter in Lothringen, dann zum Herzog von Bayern. Ein kleiner Ausgleich dafür, dass Otto alleiniger König geworden ist. In Zukunft wird Heinrich immer treu an Ottos Seite sein. Der Friede und die Einmütigkeit unter den Brüdern wurde bald auf dem ganzen Erdkreis gepriesen, da sie einhellig das Reich vergrößerten, die Feinde bekämpften und mit väterlicher Gewalt ihre Untertanen lenkten. Jetzt unterstehen Sachsen und Bayern Ottos unmittelbarer Gewalt. Auch die anderen Gebiete seines Königreichs sollen in die Hände der Familie übergehen. Seine Tochter Liudgant heiratet in Lothringen ein, Ottos Sohn Liudolf in Schwaben und das Herzogtum Franken unterstellt Otto direkt seiner Krone. Ein stabiles Reichsgefüge, das Otto gut gebrauchen kann, denn die Außenpolitik drängt. Immer wieder verwüsten die Ungarn das Land. Die Elbsslaven machen Ärger und ein Feldzug nach Böhmen steht auch an. Ein Königsleben im 10. Jahrhundert ist weitgehend ausgefüllt von Schlachten, Belagerungen und Kriegen. Otto ist voll und ganz mit der inneren Befriedung seines nördlichen Reichs und der Verteidigung nach außen beschäftigt. Noch liegen ihm expansive Gedanken völlig fern. Und dann trifft Otto ein ganz anderes Unglück. Mit 34 Jahren wird er Witwer. Das Jahr 946 war bemerkenswert durch einen Trauerfall. Nämlich den Tod der Königin Editha Seligen Andenkens, deren Sterbetag am 26. Januar in Magdeburg mit den Klagen und Tränen aller Sachsen begangen wurde. Nach dem Tod der Königin übertrug Otto die ganze Fülle seiner Liebe auf seinen einzigen Sohn Liudolf und machte ihn zu seinem Nachfolger als König. Liudolf wird also mit 16 Jahren zum alleinigen Thronfolger bestimmt. Genauso wie es schon Vater Heinrich mit Otto gemacht hatte. Aber auch dieses Mal ist damit die Saat für den nächsten Familienstreit gelegt. Denn es kommt ganz anders, als Otto denkt. Während er auf einem Feldzug gegen die Böhmen kämpft, geschieht in Italien etwas, das sein ganzes weiteres Leben verändern soll. Die junge Königin Adelheid ist in einer verzweifelten Lage. Sie, ihre Kammerfrau und ein Geistlicher werden gefangen genommen. Was war geschehen? Adelheitsmann, der erst 25-jährige König Lothar von Italien, ist gestorben und hinterlässt die 19-Jährige als Witwe, ohne Thronfolger. Ein lombardischer Markgraf, Beringa von Ivrea, will diese Königskrone. Aber auch der sehr viel mächtigere König Otto hat schon mal mit dem Gedanken einer Machtausdehnung nach Italien gespielt. Doch nun lässt sich Beringa in Pavia zum König krönen. Adelheid ist ihm ein Dorn im Auge. Beringa befürchtet, dass die ehrgeizige und vermögende Königswitwe selbst auf den Thron will. Vorsichtshalber nimmt er sie am 20. April 951 gefangen und lässt sie in einer Burg oberhalb des Gardasees einkerkern. Diese empörende Behandlung einer Königin wird in vielen Chroniken jener Zeit beschrieben, aber auch wie sich Adelheid aus dieser demütigenden Situation befreien konnte. Vier Monate lang habe sie mit ihren Gefährten einen Gang unter den Kerkermauern gegraben und so fliehen können. Nur nachts seien sie unterwegs gewesen, tagsüber versteckten sie sich und seien so Beringa und seinen Häschern entkommen. Schließlich hätten sie Zuflucht bei dem befreundeten Bischof Adelhard von Reggio hier auf der Burg Canossa gefunden. So oder ähnlich berichten es die Quellen. Und wenn auch das Schicksal dieser schönen Königin viele lyrische Ausschmückungen erfahren hat, in einem sind sich die Chronisten einig. Die Königin gewinnt den Kampf durch ihre Stärke und Klugheit. Jetzt ist Ottos Chance gekommen, Italien, mehr Land und Macht, ja vielleicht sogar die Kaiserkrone zu erringen. Und Beringa zu verdrängen. In Widukins Sachsenchronik liest sich das so. Da Otto die Vorzüge der Königin Adelheid nicht verborgen blieben, beschloss er, sich unter dem Vorwand einer Romreise aufzumachen. Und als Mann in der Lombardei angelangt war, versuchte er mit Geschenken aus Gold die Liebe der Königin zu ihm als vorteilhaft erscheinen zu lassen. Nachdem er zuverlässig ins Bild gesetzt war, heiratete er sie und erhielt mit ihr die Stadt Pavia, die königliche Stätte. Adelheid ist glücklich, auch wenn ihr neuer Ehemann etwas ungebildet ist und die Zustände im Norden nicht so komfortabel sind. Sie soll Otto erst einmal beigebracht haben, nach dem Aufstehen Guten Morgen zu sagen. Immerhin, sie heiratet den mächtigsten Herrscher nördlich der Alpen und wird durch seine Hochzeitsgeschenke die reichste Frau Europas. Eine Entwicklung, die ihren eigenen Machtgelüsten durchaus entgegenkommt. Auch Otto ist zufrieden. Sein erster Italienzug ist erfolgreich. Die neue Ehefrau eine zusätzliche Legitimation für seinen neuen Titel, König der Franken und Langobarden. Genau wie sich einst Karl der Große nannte. Und wie der will auch Otto jetzt Kaiser werden. Er schickt eine Gesandtschaft nach Rom. Doch Papst Agapet II. verweigert Otto die Kaiserkrone. Nichts Ungewöhnliches. Zu Ottos Zeiten ist das Ringen zwischen weltlicher und geistlicher Macht noch nicht entschieden. Mal hat der Papst die Oberhand, mal der Kaiser. Diesmal gibt Otto klein bei. Aber das letzte Wort ist in dieser Sache noch nicht gesprochen. Bald stört noch viel größere Schmach die Ruhe seiner Flitterwochen. Es gibt mal wieder Ärger mit der Familie. Otto muss zurück in den Norden. Sein Sohn Liudolf, der gerade erst zum Thronfolger ernannt wurde, führt sich auf wie ein Gegenkönig. Er hat Angst um seinen Platz als Thronfolger, denn die neue Königin an Ottos Seite hat schon einen Sohn geboren. Der könnte seinen Platz einnehmen und ihm die Königskarriere vermasseln. In Saalfeld, dort wo schon Ottos Bruder Heinrich seinen Aufstand begonnen hatte, feiert Liudolf Weihnachten 951 ein Gastmahl. In der Zeichensprache des 10. Jahrhunderts ist wieder klar, jetzt will er, Liudolf, die Königskrone. Und wie damals lassen sich viele Herzöge von seinen Versprechen locken. Wie erfolgreich Liudolfs Aufstand gegen den König ist, zeigt sich Ostern 953. Das wichtigste Fest der Christenheit dient dem König dazu, seine Macht und seine Nähe zu Gott zu zeigen. Aber Ostern 953 finden Otto und sein Gefolge weder in Ingelheim noch in Mainz, Köln oder Aachen Aufnahme. Die mit Liudolf verbündeten Pfalzgrafen weigern sich, den König zu bewirten. Otto muss bis nach Dortmund ausweichen, um angemessen zu feiern. Eine Schmach und eine offensichtliche Krise seiner Herrschaft. Was bleibt Otto anderes übrig, als Krieg gegen den eigenen Sohn zu führen? Ungewollt kommen dem König dabei die Ungarn zur Hilfe. Die gefürchteten heidnischen Räuberhorden fallen 954 ins Land ein, verwüsten ganz Franken und verschleppen tausende von Gefangenen. Ein Chronist schreibt, das Volk der Ungarn übertrifft alle Raubtiere an Grausamkeit. Sie nähren sich, wie das Gerücht geht, von rohem Fleisch, trinken Blut, verschlingen als Heilmittel die Stücke zerteilter Herzen ihrer Gefangenen. Und ausgerechnet mit diesen Bestien verbündet sich Ottos Sohn Liudolf. Er gibt ihnen ein Gastmahl. Mit reichen Geschenken bringt er sie dazu, seine eigenen Gebiete zu verschonen und stattdessen das Territorium seines Vaters zu überfallen. Doch damit ist Liudolf einen Schritt zu weit gegangen. Eben noch wie ein Gegenkönig gefeiert, gilt er jetzt als Verräter. Liudolf gibt schließlich auf. Als der König auf Jagd war, warf sich sein Sohn mit bloßen Füßen vor dem Vater nieder. Von tiefster Reue ergriffen und mit kläglichen Worten brachte er erst seinen Vater, schließlich aber alle Anwesenden zum Weinen. Wieder verzeiht Otto. Für die nächste Schlacht braucht er jeden Mann, denn die Ungarn sind noch nicht besiegt. An diese Schlacht erinnern sich noch Generationen. Otto erfuhr durch Boten. Pass auf, die Ungarn dringen in Gruppen aufgeteilt in dein Gebiet ein und haben sich vorgenommen, sich mit dir auf eine Schlacht einzulassen. Das ist sonderbar, denn normalerweise ziehen die Ungarn zu dieser Zeit mordend und sengend durch die Dörfer. Beutemachen ist ihr Ziel. Aber im August 955 wollen sie eine Entscheidungsschlacht. Warum gerade jetzt? Darüber schweigen die Quellen. Das Lechfeld, eine Schotter-Ebene in der Nähe von Augsburg, bietet sich für eine offene Feldschlacht geradezu an. Der König und seine Krieger vertrauen auf Gottes Hilfe. Otto gelobt, im Falle eines Sieges ein neues Bistum zu gründen. Die heilige Lanze, bestückt mit einem Nagel vom Kreuz Jesu, soll ihm Glück bringen. Am 10. August ziehen er und seine Krieger in die Schlacht ihres Lebens. Auch die Ungarn sind gewappnet. Sie besitzen eine Wunderwaffe, einen Bogen aus festem Horn und hochelastischen Tiersehnen, auf 80 Meter tödlich. Diese Wunderwaffe der Ungarn hat nur einen Schwachpunkt. Bei Regen geht sie buchstäblich aus dem Leim. Und an diesem Tag des heiligen Laurentius schüttet es wie aus Kübeln. Ein Sommergewitter also verhilft Otto zum glorreichen Sieg über die Ungarn. Legende oder Wahrheit? Auf jeden Fall berichtet eine Chronik aus dem 12. Jahrhundert genau von diesem Wolkenbruch. Für Otto bedeutet dieser Sieg den größten Triumph überhaupt. Die Lechfeld-Schlacht beendet ein für allemal die Raubzüge der heidnischen Ungarn in seinem Herrschaftsgebiet. Otto steht als Verteidiger der gesamten Christenheit da. Das Volk ist sicher, nur Gott hat ihm diesen Sieg geschenkt. Und das heißt, Gott hat Otto zum neuen Kaiser bestimmt. Wie du Kind berichtet? Durch den herrlichen Sieg mit Ruhm beladen wurde der König von seinem Heer als Vater des Vaterlandes und Kaiser begrüßt. Er kehrte von Jubelstürmen und höchster Freude begleitet als Sieger nach Sachsenheim, wo er von seinem Volk herzlichst empfangen wurde. Otto ist auf dem vorläufigen Höhepunkt seiner Macht angekommen. Von nun an nennen ihn die Chronisten Otto den Großen. Als Symbol für den Ruhm des sächsischen Königs steht auch heute noch seine eindrucksvolle Unterschrift. Jetzt kann sich Otto seinen Lieblingsplänen widmen, Kaiser auch in Rom und nicht nur auf dem Lechfeld zu werden und Magdeburg in ein Erzbistum zu verwandeln. Doch sein Ruhm schützt ihn nicht vor neuem Ärger. Und der kommt diesmal von Wilhelm, Ottos Sohn aus der ersten Verbindung mit der slawischen Prinzessin. Er ist Erzbischof von Mainz und hat etwas gegen Ottos Magdeburg-Pläne. Gleich nach der Lechfeld-Schlacht beginnt Otto mit dem Bau eines Doms in Magdeburg. Am östlichsten Punkt seines Reiches will er ein Erzbistum errichten, eine Stadt, die sich mit Rom und Konstantinopel messen kann. Von hier aus will Otto die Slavenchristianisierung vorantreiben. Und gegen eine Machtausdehnung nach Osten ist ja schließlich auch nichts einzuwenden. Sein Sohn Wilhelm allerdings ist von dieser Idee überhaupt nicht angetan. Sein Erzbistum Mainz müsste Ländereien und Macht an die Magdeburger Neugründung abgeben. Der Papst in Rom soll entscheiden. Otto schickt einen Boten zu Agapet II. mit seinem Anliegen. Wilhelm schickt sofort einen leidenschaftlichen Protestbrief hinterher. Ganz nebenbei schildert er darin ausführlich auch alle politischen und familiären Schwierigkeiten Ottos der letzten Jahre. Ein Machtkampf unter der Gürtellinie, den in diesem Fall allerdings nicht nur der Papst, sondern auch das Kirchenrecht entscheidet. Demnach müssen alle betroffenen Bischöfe einer Erzbistumsgründung zustimmen. Da aber Wilhelm sein Veto einlegt, muss Papst Agapet II. ablehnen. Otto legt den Magdeburg-Plan erst einmal auf Eis. Die nächsten Jahre sind ungewöhnlich ruhig, überschattet von Trauerfällen. 958 ist Otto schwer krank, vier seiner Kinder sterben, darunter auch sein Sohn und designierter Nachfolger Liudolf. Aber inzwischen hat ihm Adelheid schon den neuen Thronfolger geboren, Otto den Zweiten. Im gleichen Jahr kommt auch Mathilde zur Welt, die spätere Äbtissin von Quedlinburg. Über die wir uns nicht anmaßen, etwas zu sagen, da ihr Ruhm alles übertrifft, was zu sagen oder zu schreiben wir imstande sind. Da verändert wieder einmal Italien Ottos Leben. Im Herbst 960 sind dort die Zustände katastrophal. Beringa, der genau zehn Jahre zuvor Adelheid verfolgte, hat seine Machtposition wieder ausgebaut. Weiter südlich, in Rom, führt der neue Papst Johannes XII. ein äußerst unchristliches Leben. Er treibt Unzucht, trinkt Wein, geht auf die Jagd und trägt Waffenschmuck. So zumindest kolportieren es seine Gegner. Das Ansehen des Papstes ist zutiefst beschädigt, eine Chance für Beringa, seine Machtgelüste nach Rom auszudehnen. Papst Johannes beschließt, Otto um Hilfe zu bitten. Sie machen einen Deal, der dem einen Schutz bringt, dem anderen die kaiserliche Krone verschafft und einen Dritten die Nase kostet. Otto macht sich auf zu seiner zweiten Italienreise. Am 2. Februar 962 findet die Kaiserkrönung in der Peterskirche statt. Kaiser von Gottes Gnaden, wozu ihn das Volk schon nach der Lechfeldschlacht gemacht hatte, das erfüllt sich jetzt durch den Segen des Papstes. Die Kaiserkrone soll Otto die Kraft verleihen, sich gegen den Teufel und alle irdischen Laster zu wappnen. Reiche Geschenke bestätigen das Geschäft zwischen Otto und Johannes XII. Der Papst schenkt dem Kaiser Reliquien, durch die er Gott und der Erlösung besonders nahe sein kann. Außerdem gibt er seine Zustimmung zum Erzbistum Magdeburg. Zumindest der Papst steht Ottos Plan nicht mehr im Weg. Als Gegenleistung für die Kaiserkrone erkennt Otto die Ansprüche des Papstes auf gewaltige Ländereien an, die der Kirche rund 600 Jahre zuvor vom römischen Kaiser Konstantin angeblich geschenkt worden waren. Festgehalten ist Ottos Zusicherung in einer bekannt gewordenen Urkunde, dem Ottonianum. Doch dann gesteht ein Kardinaldiakon, er selbst habe eine Urkunde geschrieben und sie als das Originaldiplom Kaiser Konstantins ausgegeben. Otto hat also schon bald nach seiner Zusicherung erfahren, dass die berühmte konstantinische Schenkung eine Fälschung ist. Endgültig bewiesen wird das erst im 15. Jahrhundert. Aus Wut über die gelungene Täuschung bekämpft Otto den Papst ab Herbst 963 erbittert. Der Papst aber lässt, dem Chronisten Liudbrand von Cremona zufolge, dem Verräter fürs Pätzen die Nase abschneiden, die Zunge rausreißen und zwei Finger verstümmeln. Die nächsten Jahre ist Otto mit seiner Machtbehauptung in Italien beschäftigt. Kämpfe mit den nachfolgenden Päpsten und italienischen Adeligen lassen ihm keine Zeit für seinen Magdeburg planen. Mittlerweile ist die elfjährige Mathilde das einzige Mitglied der Königsfamilie nördlich der Alpen. Für sie, die Tochter des Kaisers und Äbtissin des Quedlinburger Stifts, schreibt Widukind von Korowai die Sachsengeschichte. Bisher hat er Mathilde ausführlich unterrichtet. Hochzeiten und Todesfälle, familieninterne Intrigen und große Kriegszüge, Ruhm und Ehre des sächsischen Stammes und der Aufstieg zu kaiserlichem Ruhm auf dem Lechfeld. Nur über eines verliert der Chronist kein einziges Wort. Kaiser Ottos großen Traum Magdeburg. Wir können nur vermuten, dass Widukind zu den zahlreichen Gegnern des Magdeburg-Plans gehört. Auch sein Kloster Korowai müsste Gebiete an das neue Erzbistum abgeben. So ist es nicht unwahrscheinlich, dass ihm der Plan einfach nicht passt. Widukinds Meinung ändert sich offenbar auch dann nicht, als der Kaiser das Kloster Korowai auf einem Kölner Hoftag 965 reich beschenkt, wie diese Urkunde bestätigt. Seit Ottos Versprechen vor der Lechfeld-Schlacht ein Bistum zu gründen, sind über zehn Jahre vergangen. Ein langer und ermüdender Kampf um diesen großen Traum Magdeburg liegt hinter ihm, aber er gibt nicht auf. Am Ende entscheidet der Tod. Ottos Sohn Wilhelm und weitere Gegner sterben 968. Der Erhebung Magdeburgs zum Erzbistum steht jetzt nichts mehr im Wege. 968 kann Otto endlich sein Siegel unter die Gründungsurkunde setzen. Im gleichen Jahr wird der erste Erzbischof eingesetzt. Die neu gegründeten Bistümer Zeitz, Meißen und Merseburg werden geweiht, Havelberg und Brandenburg direkt Magdeburg unterstellt. Kaiser Otto ist jetzt 56 Jahre alt und plant die Vollendung seines Lebenswerks. Wie sein Vater Heinrich möchte auch er das Erbe regeln. Seinen Sohn Otto II. hat er schon als Nachfolger bestimmt und zum Mitkaiser gekrönt. Jetzt braucht er noch eine standesgemäße Schwiegertochter, wobei die Hochzeit natürlich auch machtpolitisch etwas bringen muss. Da kommt Ende des 10. Jahrhunderts nur eine Verbindung in Frage, zum byzantinischen Kaiserhaus. Otto schickt eine Gesandtschaft zu Nikephoros Phocas, dem Kaiser in Konstantinopel. Obwohl das Verhältnis zwischen den beiden Großmächten ziemlich belastet ist. Zum einen gibt es Streit um Ländereien in Süditalien. Außerdem sieht sich sowohl Otto als auch Nikephoros als einzig legitimen Nachfolger des römischen Kaisers. Und letztlich kann es ja nur einen geben. Dieser Zwist ist in die Geschichte eingegangen als das Zwei-Kaiser-Problem. Ottos Gesandter muss unverschämt lange vor den Toren des byzantinischen Kaisers warten. Er sendet einen wütenden Bericht zurück an Otto, der den Nikephoros nicht gerade vorteilhaft beschreibt. Er sei ein regelrechter Gnom mit vertrockneten Pobacken, der sich nur von Knoblauch, Zwiebeln und Porree ernähre und Badewasser trinke. Es gibt Krieg. Es geht um die Ländereien in Süditalien und es geht um Ruhm und Ehre. Ganze fünf Jahre kämpft Otto immer wieder gegen die byzantinischen Truppen. Erst mit dem nächsten, friedliebenderen Kaiser Johannes Zimiskes kann Otto Frieden schießen. Der schickt auch die ersehnte Braut, seine Nichte Theophanu 972 nach Rom. Widukind erzählt... Er sandte das Mädchen mit einem großen Heer und vorzüglichen Geschenken zu Kaiser Otto. Jener übergab sie sofort seinem Sohn. Als die Hochzeit prächtig gefeiert wurde, versetzte er dadurch ganz Italien und Germanien in große Freude. Die Menschen empfinden diese Verbindung als von Jesus gesegnet. Die berühmte, gut erhaltene und besonders prunkvolle Hochzeitsurkunde zeugt von der Bedeutung, die dieser Hochzeit beigemessen wird. Mit ihr erkennt Byzanz auch die Rechtmäßigkeit eines westlichen Kaisertums an. Das Zweikaiserproblem ist gelöst. Musik Nur Otto weilt seit sechs Jahren in Italien. Ihm kommt zu Ohren, dass sein Stellvertreter in Sachsen, Hermann von Billung, ein Gastmahl gegeben hat und inzwischen demonstrativ im königlichen Bett schläft. Eine klare Botschaft an Otto, der auch gleich zurückreist. Musik Für seine Lieblingspfalz Magdeburg bringt Otto beeindruckende Zeichen seiner kaiserlichen Macht aus Italien mit. In den Magdeburger Dom lässt er diese antiken Säulen aus Ravenna einbauen. Nach dem großen Brand von 1207 bekommen sie auch im Neuendom einen repräsentativen Platz, an dem sie noch heute zu sehen sind. 973 feiert Otto wieder ein rauschendes Osterfest am Grab seiner Eltern in Quedlinburg. Musik Gesandtschaften aus Dänemark und Polen, Böhmen und Ungarn, Rom, Byzanz und Spanien sind anwesend. So viel Ehre wird nur wenigen Herrschern seiner Zeit erwiesen. Musik Doch die Feiern zu Ehren der Kaiserpaare sind wohl etwas zu viel für den 60-jährigen Otto. Der 7. Mai 973, den er in der Pfalz Memm Leben verbringt, endet nicht gut. Musik Er stand wie üblich mit der Dämmerung von seinem Bett auf und war bei den nächtlichen und morgendlichen Lobgesängen anwesend. Dann ruhte er ein bisschen. Nachdem später der Messgottesdienst gefeiert worden war, spendete er gewohnheitsgemäß den Armen, aß ein wenig und ruhte wieder in seinem Bett. Beim Evangeliengesang fühlte er sich schon fiebrig und erschöpft. Er verlangte das Sakrament des göttlichen Leibes und Blutes, empfing es und übergab ohne Seufzer mit großer Ruhe seinen letzten Atemzug dem barmherzigen Schöpfer Allah. Musik Die Todesursache, verdorbenes Fleisch. Ottos Eingeweide werden in Memm Leben bestattet, sein einbeisamierter Leichnam wird in Magdeburg beigesetzt. Dazwischen liegt eine 30-tägige Prozession von Memm Leben nach Magdeburg. Eine bisher unübliche Zeremonie, die Größe und Stärke des von Otto aufgebauten Kaisertums zeigt. Musik Zuerst in der alten Familiengruft im Magdeburger Dom beigesetzt, wird der originale Seig Ottos im 13. Jahrhundert in den Neuen Dom überführt. Musik Der designierte Thronfolger Otto II. wird alleiniger König im Großen Reich. Und seine Schwester und enge Beraterin Äbtissin Mathilde bekommt viel zu tun. Nach nur zehn Regierungsjahren stirbt Otto II. Danach teilen sich Witwe Theophanou, seine Mutter Adelheit und Mathilde die Macht. Äbtissin Mathilde ist dabei immer den beiden Kaiserwitwen gleichgestellt. Musik Ihre Beschäftigung mit der ottonischen Familiengeschichte und Politik zahlt sich aus. Als Theophanous Sohn Otto III. nach Italien zieht, bestimmt er Mathilde zur Reichsverweserin. Sie lenkt erfolgreich die Geschicke des Landes. Musik 999 stirbt sie im Alter von 44 Jahren und wird auf eigenen Wunsch bei ihrem Großvater Heinrich in Quedlinburg beigesetzt. Der letzte ottonische Herrscher ist Heinrich II. Mit ihm stirbt 1024 das Geschlecht der Otonen in der männlichen Linie aus. Die Machtzentren Quedlinburg und Magdeburg verlieren an Bedeutung. Doch auch in den nachfolgenden Jahrhunderten bleibt die Zeit Ottos des Großen als das goldene Zeitalter in Erinnerung. Das Volk sagte viel zu Ottos Lob in dankbarer Erinnerung, wie er mit väterlicher Barmherzigkeit seiner Untertanen regiert und sie von ihren Feinden befreit. Die überheblichen Feinde wie Dänen und Slaven mit Waffengewalt besiegt, Italien unterworfen, die Götzentempel benachbarter Stämme zerstört und Kirchen und geistliche Stände eingerichtet habe. Ein Lobgesang auf einen Mann und eine Epoche, von der uns tausend Jahre trennen. Der Mensch Otto? Er kann nicht mehr entschlüsselt werden. Aber Widukinds Sachsengeschichte und die historischen Quellen geben uns einen Einblick in eine geheimnisvolle Zeit und ein bewegtes Leben. Dänen